Hallo und herzlich willkommen zum fröhlichen Rumgeballer, zum Babyopfer und weiteren Spaß mit zum Baby, Pepe und mir, dem Georg. So, let's go. Hallo! Ich hab cooles Zeug hier in dem Haus gefunden. Hm? Haus? Ah. Und da ist auch noch ein Tonband. Und ein Roboter, der in der Tür liegt. Sieht ein bisschen aus wie unser Stadthaus tatsächlich. Oh, hallo Roboter. Ich verstehe. Ich hab keine MP-Munition mehr. Ähm, was ist das für eine Muni? Äh, 9mm Vollmantel. Schau mal. Ja, am Anfang hab ich Tonnenweiß davon gefunden, aber jetzt find ich, seitdem ich die MP hab, nichts mehr davon. Oh, davon hab ich 20. Ah, das würd ich nehmen. Komm ins Haus, ich leg's hier an. Ja, das ist nämlich... Ja, ballerst doch ganz gut durch. Danke. Brauchst du irgendwas, Muni? Ja, hast du die... Was war das? Steht und das? Äh, die 0243er. Teilmantel-Munition. Äh, warte mal, Teilmantel... 243 hab ich. Genau. 243... Okay, vier Schuss, aber bitte immerhin. MP, soll ich 30 Minuten-Timer machen? Oder hast du's schon? Äh, hab ich schon. Ich hab jetzt mittlerweile über meine Uhr, aber danke fürs Angebot. Doch, kein Problem. Wie gesagt, die Alexa steht immer bereit. Machst du jetzt auch mit, oder wie sieht's aus weiter? Ja, ja, ich mach mit. Ich bin jetzt gleich auf, ähm... Hab ich gleich auf der Ehe. So, warte mal, nimmst du was? Hab ich doch in dein Chat geschrieben. Achso, Entschuldigung, Chat. Ich bin... Ich... Es tut mir leid. Ich muss mein Chat lesen. Wer ist dieser Chat? Kommt-Döner. Hm. Ich hatte heute Kohlrabi-Schnitzel mit Brei, das war echt lecker. Was? Hä, Kohlrabi-Schnitzel? Ist doch voll geil. Mit Brei? Ja, Kartoffel-Böner. Hast du kein... Achso. Ja gut, mit Brei... Wenn du keine Zehn mehr hast, kannst du es kurieren, aber sonst... Ach, bei mir gibt's nachher noch Pilmenie. Bei dem Laster war ich noch... Ach, guck, du, vielleicht bestell ich gleich Pizza. Ich glaub, wir haben fertig gelootet, oder? Ja, ich loote noch, Kinder. Vollmann-Munition, im Laster ist Vollmann-Munition, kann mal einer rein... Obwohl, jeder hat anderen Loot. Oh! Nachrichten, hast du das gemacht? Ja, Trin-Gol! Nee, passt! Oh, ist nur ne Waffe. Haben wir die 1 von 1 Waffe, die schon gefunden? Äh, ich glaube... Warte... Ne, 0... Ne, war haben wir noch nicht. Na, dann sind wir noch nicht fertig. Oh, wo liegt die? Ja, hier... Hier kann man das Fahrrad neu spawnen lassen. Äh, spawnen... Spawnen lassen. Hier ist Fahrradstation. Spawnen, dann habt ihr die Leiche hinterm Haus schon gesehen? Äh, nein. Nein. Komm mal zu mir. Ich hab die Munition. Also, bei mir zumindest. Ja, liegt... Also, allgemein, du kannst so viel looten, weil ich komme. Wir brauchen auch noch... Wir müssen die... Die Waffe müssen wir noch finden. Ich hab zwar schon zwei Waffen gewonnen, aber anscheinend nicht die richtige. Bevor wir weiterzunehmen, wenn wir alles gelootet haben, ja, dann müssen wir noch mal alle gucken, ob wir Munition irgendwie austauschen. Mhm. Ja. Ja, bestimmt Munition für mich und ich hab bestimmt Munition für euch. Wahrscheinlich, ja. Boah, ich kann ja auch noch Zoom. Komm mir in das Haus hier rein? Nee, das ist voll barrikadiert. Ja, du kannst da auch nicht reingucken. Aber irgendwo, also die Waffe, wurde mir jetzt zumindest... Ihr könnt ihr mal auf die Karte gehen und mal auf das Symbol gehen, das Bauernhof. Ja, ich hab auch schon gefunden. Ich hab zwei Waffen schon gefunden, deswegen wundert's mich, dass ich... Nee, Waffen... Da ist nur ein Trecker und... Und Unterstufen. Naja, 0 von 1. Eine Waffe gibt's dir nicht noch? Ja, vielleicht ist es so einer, die irgendwo anlehnt oder so. Das ist eigentlich... Ach, es gibt mittlerweile Gewicht, okay. Notsignalfackeln 7. Yay, läuft. Wo können die sein? Bestimmt auf dem Dach oder so? Ich hab noch 5 MP Munition gefunden. Ja, sollen wir das nicht lieber gleich machen, wenn wir fertig sind? Nee, ich sag ja noch Bescheid. Oh, okay. Hm. Ja, wo ist die denn? Ja, wo ist die denn? Ja, wo ist die denn? Oh, warte, hier gehst du rund. Nee, warte, Schluck. In fast jeder Ecke liegt irgendwo irgendwas rum. Wo muss ich denn? Sogar im Traktor. Im Traktor ist auch Loot. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich schon war und wo noch nicht. Wie tust du? Bist du schon da, Ryker? Im Spiel. Also da steht jetzt gerade eins des Spielers, mehr Spieler, Optionen. Äh, warte, ich muss die einladen. Oh Gott, wie ging das? Warte mal, Escape, Multiplayer. Oh, zum Baby, du hast eine extrem Kack-Verbindung übrigens. Echt? Warum? Das wird bei mir zumindest rot angezeigt. Äh, und warte mal hier. Einladen, ja. Einladen ist raus. Solange ich keinen Robot habe, bin ich mir nicht egal. Okay. Aber wo soll denn diese Waffe sein? Hey, oder höre ich mich Robotik an? Nee, nee, das wäre ja dann Discord. Es geht ja um die Verbindung in-game. Also, im Spiel. Auch, solange es jetzt hier auch nicht ruckelt. Warte, du meintest, im Trecker kann man auch looten. Ah, guck mal, der Schwierigkeitsgrad wurde automatisch für vier Spiele angepasst. Ja, nice. Da freut man sich, ja. Ach, lol. Vielleicht doch in dem Haus, ne? Durchsuchen nochmal das Haus. Boah, es leckt aber ganz schön bei mir. Oh ja, ich soll das Haus nochmal durchsuchen. Hier liegt nochmal die Zuhörerung. Ja, weiß ich nicht, Franchi, ne? Ich kann mich nicht rüber über den Zaun. Also, wenn ihr noch, wenn ihr im Haus nicht wart, hier liegt massenweise Munitionskisten in dem Haus rum. Warum hört man Julio nicht? Weil der bis gerade gegessen hat. Welches Haus meinst du denn? Entschuldigung. Oh gut, ich hab die Waffen noch nicht. Ja, hier wo ich bin, du siehst mich auf der Karte. Ich hab all meine Sachen, die ich im Einzelspieler schon gefarmt hab. Ja, ja, das ist leider so. Hier war ich schon. Ich hab den voll gut, weil ich hab jetzt ja nicht so viel gespielt. An Julio klingt bei mir ganz schlimm. Versteh' dich kaum. Ja, ich wollte grad sagen, ich versteh' dich kaum. Also, ne Waffe liegt ja trotzdem im Haus nicht. War ich schon oben? Seltsam. Oben liegen viele Munitionskisten. Ja gut, äh, dein Gamer, oder? Weil das macht jetzt auch wenig Sinn, dir hier eine Stunde nach einer Waffe zu suchen. Haben wir schon eine neue Mission? Ja, haben wir. Äh, wir müssen nach... Zalt... Äh... Zaltam. Der Weg nach Zaltam. Ich bin nur reiche Zaltam. Ich bin keine Waffe. Ja, komm, dann lass weitergehen, oder? Ja, warte, dann treffen wir uns draußen, ja? Ich kann sagen, lass Munition dann aufteilen. Und uns eine Waffe aussuchen, die wir Ryker in die Hand drücken, wenn er da ist. Ja, ich hab ein paar. Die haben wir nicht auf der Karte? Ah, ja. Dieser, dieser Dings da. Ey, Ryker, wenn du auf der Straße bleibst, sollte kein Gegner da sein. Oder lass uns mal genau hier treffen. Ja. Was brauchst du für Muni? Die 2, 3 irgendwas, oder? Die hast du schon gegeben. Genau, die 2, 4, 3, glaube ich, war das. 3, 4, 3. Ich bräuchte 9 Millimeter Vollmantel. Ja, kriegst du. Boah, auch 100 Schuss für die, oh, für die Klau, 100 Schuss. Ja, Millimeter Vollmantel für die Handfeuerwaffe, oder wie ist das? Nee, für die MG. Die MG, hier. Und die Vogeldunst, hast du auch gebraucht, ne? Oh ja, für die Schrotflinde. Wollte ich auch tatsächlich nehmen. Ja. Ich hab, ich hab tatsächlich nur für PP. Kannst du. Also, pass auf. Ja, gut, ich schaffstelle, er hat ja das Scharfschutz, wenn wir da bei der Munition ein bisschen seltener sein, nehme ich mal an. Das ist schon, das ist schon ein Jagdgewehr. Ja, gut. Also, ich hab einmal Kaliber 12 Postenmunition. Braucht die jemand? Ich brauch Kaliber 12, ja. Kann ich in die Schrotfilme, glaube ich, laden. Ihr könnt, wie gesagt, mal N drücken, dann. Also, für die Schrotfilme hab ich verschiedene Munitionstypen, beispielsweise. Einmal hab ich 20 Schuss, einmal hab ich nochmal 20 Schuss. Hier ist noch Vogeldunstmunition, Kaliber 12. Und ich hab 9mm Vollmantel, MP. Oh ja, MP. Aber auch nur 5. Völlig wurscht, ich hab jetzt 180 Schuss. Für Möller. Und dann hab ich noch diese 7,262 mm Vollmantel und hab ich das kein Ding. Ja, alles gut. Dann lassen wir es so. Ich hab ja noch die Handfeuerwaffe. So. Ich hab leider nichts für dich gefunden. Fast schon. Okay, Fahrzeug. Ähm. Und da brauchst du, oder kannst du die Munition denn benutzen? Diese 7,62? Bezweifle ich, ehrlich gesagt. Glaube ich, nee, das, also das Kaliber muss schon das gleiche sein. Ja. Fahrzeug ist aufgeteilt, oder so? Ich und mein Rädchen. Ey Riker, wenn du bei der Kirche bist, kannst du dir ein Fahrrad spawnen. Ich würd gern, ich hätt gern so ein Fuchsschwanz für mein Fahrrad. So ein kleines Fähnchen. Kann man das bearbeiten? Achso, warte, wie Flash. Ah, F. Flashlight. Ich glaub, das Fahrrad nicht. Und wir können uns selber mal ganz kurz, wir würden uns selber nochmal stylen wollen. Weil wir warten eh schnell, oder? Und Level, wir hatten Level, also ich hatte zumindest ein Level, hab ich nehm mal an, hier auch. Äh, kann man Fähigkeiten. Was jetzt dem Multiplayer, dass es bei mir so leckt, weil im Einzelspieler konnte ich Probleme auf Ultra spielen. Das kann ich dir leider nicht sagen. Jetzt bin ich auf, überall auf niedrig und es leckt immer noch. Hm, vielleicht weil du so weit weg bist. Nachladetempo. Ich glaub, ich mach Ausdauer erst mal. Ich hab Nachladung genommen. Ich hab so viel, ich hab so viel Money. Ah, da ist Giulio! Ja, in 1,4 Kilometer. Aber ich kann ihn sehen auf der Karte. Was ist das? Boholmen? Wo ist man da entlang gefahren? Aber ist krass, wie groß die, guckt doch mal die Karte an, wenn ihr komplett raus sucht. Ja, aber das, das, ähm... Das, das Haus vom Jäger, da waren wir jetzt immer noch. Wo ist denn das? Das bei Giulio. Über Giulio? Da, ähm, bei, äh, Björgneskoggen, oben ist, so, äh, ist links so ein blaues Ding. Siehst du das? Neben Missionen steht da. Das ist bei mir, das ist bei mir gar nicht markiert. Ich hab die gar nicht. Warte mal, Mission, Inventar, Fertigkeiten, Lok. Ich kann Wegpunkte setzen. Hauptmissionen. Bauernhof, Zuflugsort, der Weg nach, ich hab die Missionen gar nicht. Ach doch, neben, warte mal, neben Missionen, doch der Jäger hier. Ja. Verfolgen, er. Ah, ich hab da jetzt den Wegpunk hingesetzt. Ah ja, ich hab's. Sollen wir da hin, dann können wir Giulio einsammeln. Ja, warte mal, ja, gehen wir da schnell hin. Riker, wir kommen. Ich hab ihn zu, ja. Ich glaub, ist es sinnvoll, der Straße, ich glaub, es ist sinnvoll, der Straße entlang zu fahren, oder? Hallo, Georg, hallo. Hey, du hast mich in den Baum geschuckt. Ah. Ich glaub, du warst fahren, ist witzig. Fahrt mal, fahrt mal gegen den Baum. Der besser nicht. Fahrt mal gegen den Baum. Ich bin schon öfter. Die Animation ist so geil. Wie im echten Leben. Ja. Alter! 40 kmh. Ich find's cool, dass das eine kmh-Anzeige hat. Also auf der Straße bist du deutlich schneller. Ja nicht, dass du hier geblitzt wirst. Oh Gott. Wo ist das Fahrrad? Du musst dann in die Fahrradstation neben der Kirche und hast dir einen spawnen lassen. Wendekreis wie ein LKW, ey. Kannst du da looten noch, Ryker, oder ist da alles weggelootet? Ja. Okay. Ja nice, dann können wir mit Julia auch vielleicht Monik teilen. Ja, unter anderem. Auch Waffen, ich hab drei Pumpsguns oder so, also du kannst ne Pupgun haben. Zum Glück, Mann, gibt's ne Pumpgun. Das hab ich letztes wieder gesehen tatsächlich. Ja. Hallo! Wie kannst du schneller sein als ich? Hä? Einfach, äh... Hä? Ich fahr einfach innen auf der Straße und nicht außen. Dann über zum Weg. Ehrlich. Also durch Gras fährt er echt nicht gut. Das ist, weil du fetter bist. Jetzt gehen wir unten bei. Ja, ich hab' weniger... Oh, oh. Ey, nur weil mir meine Jacke nicht mehr passt, bin ich jetzt nicht fett geworden, okay? Ja, okay, tschuldigung. Aber wenn er dicker ist, hat er auch mehr Luftwiderstand. Ja. Ja, das merk ich bergauf. Kann man über den... Oh mein Gott. gegner zeitlupe und ruckeln dagegen gefahren ich weiß nicht wo ich hinfahre ich weiß ja das hier ist für mich wie sammelgegenstand aus voll pinkes wasser das hier oben steht wo soll dieser sammelgegenstand liegen glaube ich war ich komme zeitlupe alter lektas ich kann das spiel nicht spielen dreh doch die auflösung einfach runter hallo wo ist denn dieser sammelgegenstand hallo ich fahr mit ihr mit glaub ich das fuchst mich steig auf cool du hast dein herz schlag wenn du ausatmen ist okay ist der oben irgendwo ich bin militär ja ich bin ich bin biker baby ich bin bobby fahrrad weiter jetzt reicht aber ich hab's doch gerade geschafft also diese eine sammelgegenstand und im bett war zu das war zumindest ja so ein pinkes pferd das hat man recht leicht wieder unten war ja warte immer hat es funktioniert also in der kirche seh ich nicht ich höre ich auch nicht auch außen so weil ich mich wieder bewegt habe ja jetzt ich bewege nichts das einzige über diese flasche da auf dem tisch was so wie sammelgegenstand aussieht das andere war ja auch in anführungszeichen versteckt unter dem bett ich verstehe es war ja guck mal ich habe sogar drei bitteschön die munition wollen wir zum jäger ja okay so ist mein fahrrad was so war aber muss erst so ich war nichts von meines neu wenn unbedingt alle fahrer fahren wollen ich würde auch ich finde laufen entspannter weil dauern kann es halt einfach besser umgehen auch wenn jetzt nicht haben war bei mir ja gut dann lauf ich ja wir müssen auch hoch wird nicht unbedingt könnte ja wunder sein wenn er dicker ist und dann gleitet er durch die die ich habe in den chat geguckt was scheiße warte hallo warte mal hast du den zauern getroffen ne julio bist du auch schon auf dem weg finde die landschaft schön ich wagge mich hier vorwärts ich glaube ich kann ja okay jedenfalls nicht im multiplayer jetzt funktioniert aber es ist wahrscheinlich zwei dreht doch mal alles runter und dann aus und ein lockt alles auf niedrig also und dann noch mal rein ich bin stur da werden 100 gegner sein kann ich ja frühzeitig sehen du hast deine verbindung zum stream verlor bestimmte funktionen wie zum beispiel ja drei jetzt sind wir noch zu dritt aber ganz kurz warte mal lock neben mission jäger ich habe die doch verfolge verfolgen ich habe noch verfolgen aber es würde wenn wir trotzdem nicht richtig angezeigt keine ahnung da bist du besser alter sumpf oh gott hilfe warum laufen läuft ihr denn da lang weil wir laufen nicht mit dem fahrrad fahren ja aber warum nicht über anschleichen ich weiß du platz einfach mitten rein ja ich bin sich anders wohnen hallo hier bin ich die bäbens einst am baby in der nähe vom haus des jägers in jörg kness nach nützlich materialien ja gib mir knarren ich sehe im moment nicht ich sehe auch nichts mit dreifacher vergrößerung ich habe noch nie mal fernglas für hier ist nichts jedenfalls nichts offensichtliches jörg kness entdeckt kann ich hier einziehen das ist mein haus nein ich pass nicht durch die tür hey bist du euch das heute zum dritten mal muss mir gedanken machen nein gleich mal die kamera aus hier liegt noch so ein jägersgewehr wie ich habe das hätte ich gerne warte mal einladung er einladung ist raus das mit einladen ist auch das hätte sie besser machen können weil das geil ist in den munitionskisten 23 munition ich meine richtig gnädig mehr das ist super und hier ist noch ein zielfernrohr auch cool ich habe zwirn gefunden also pp oben ja aber ja gut zielfernrohr ist auch du könntest mir tropfen wenn du es nicht brauchst weil ich glaube das ist nur unterschiedlich haben wir schon abgeschlossene jäger ich gucke auch mal hier auf dem fenster da liegt bei mir nix okay weiter das spiel das ist das fühlt sich jetzt flüssiger an hier ist noch ein radio ich hab's gedroppt er ist hilfe von danke an diese kollisionsanfrage und charakteren sich sparen können waffen was das mäuser jagdgewehr cool ergänzen ich finde das mit dem ergänzen ist ist absolut schrecklich habe ich zielfernrohr gegeben kann ich sage ich habe zwei gab das jetzt ich gebe es dir gerne wieder ich habe noch einsatz aber er hat warum auch immer meins abgenommen und dir gegeben aber man kann nur drei waffen ausrüsten ich habe gar keine waffe gefunden cool das was ich gegeben habe hat keine rösser meins hatten das sieht irgendwie cool aus muss erst mal immer die pump kann oh cool ich habe noch keine muni ja schwierig ja ja behalt erst mal ich nehme ich nehme so lange die punkern noch platz zu weisen weiß ich dass wir der 1 zu dann nämlich die punkern und hab das mg gut das hat sich schon mal gelohnt hier und wir haben tatsächlich glaube ich dass sie es nicht das sind wir haben alles abgeschlossen oder das mit dem jäger schon das kam ja aber auch gegenständen mäßig oder also bei mir bei mir war nirgends ohne knarre ja bei mir bei mir auch nicht mehr georg gegeben obwohl nie bei mir lag einem unten neben der treppe lande bahn lande bahn vorsichtig auch noch ein rucksack textilien jay zwirn wieso bin hier lauter zwirn und textilien aua das habe ich ein bisschen ausgehört okay dann wir können jetzt übrigens über schnellreise bis zum bauernhof reisen oder kürche warte 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 kann ich das wieder weg machen so ein richtiges dog habe schnell reisen zum bauernhof gemacht na die nächste die to er war noch nicht beim bauernhof ich sag kann man gucken vielleicht hat den fortschritt weil die weil das zeug ja auch bei ihm wegbauen alles oder wenn es nicht geht dann von der kirche schnell zum bauernhof karte aufrufen und dann mal gucken ob du nach der kirche noch was hast doch hier unterschlupft ja da ist er weil wir teilen also ich stelle mehr oder weniger in server das heißt wir teilen uns hat alles was auf dem server passiert ok wollen wir da eine straße entlang weiter ja warte ich muss mir doch hier die ladebildschirm angucken hier war noch muni ja hier liegt allgemein im bauernhof da war sehr viel zeug ich habe versucht auf diesen großen roten tank zu schießen dann lass julio doch eben noch looten welchen tank genau hier hinten stehen drei große rote dann geht er mal raus ich glaube allerdings dass die explosion ein bisschen gewaltiger wird wenn er explodieren kann ich werde sie sichern ich bin militär aber hier ist ein gegner ich habe direkt eine gegneranzeige bekommen ja ok oh mein jott oh mein gott ein grunnen es ist serien kann ich das machen das ist mein zuhause ach so recht mal drauf schießen am besten wenn es passiert wollt ihr das mal ausprobieren wir können wir können mal was ist das hier was muss da die waffe dafür haben also nicht jedes zielfernrohr passt auf jede waffe ich glaube werkbänke sind da dass wir selber irgendwie ein zielfernrohr herstellen können das oder sowas da oben ist so irgendwas was denn das da erleuchtet bei mir was das ist das so steht eine lampe gegner das ein gegner wir sind weg da alter Ich hab nur Hüls. Ich hab ein Make-up-Set. Der Lampe ist strange. Nimm mir die Dosen nicht mit? Ich wollte mir nochmal umziehen. Wo ist denn hier? Profil. Kopf. Es gibt halt so viel. Hat jemand gekämmt? Oh Gott. Das ist noch besser. Passt irgendwie zu dir. Zeitreise-Brille. Yeah. Gesicht. Schicke Ohrringe. Natürlich. Neh mal Schminke. Kriegsbemalung. Alter. Nice. Kriegsbemalung. Halstuch. Klar. Kriegsbemalung noch Halstuch. Alter. Boah siehst du scheiße aus. Ich nehm das. Dann zieht man mich zumindest. Warte, grabe ich auch noch so ne Hose? Ich hätt gern ne gelbe Hose. Kannst du die Mütze auch gelb machen? Hemd. Warte mal, ich kann mal gucken. Regenmütze blau. Dunkelgrün. Ne leider. Doch. Wie cool. Hose. An der Nordküste. Mit der 3D-Brille, ey. Ich zeig's mir nicht gemerkt. Am Norddeutschen Strand. Du hast die 5 gelbe Ohrringe. An. Ja, ich weiß. Hallo, ich darf anziehen, was ich möchte. Das ist ein freies Land. Ja, guck ich mal, was ich so schickte. Und gelbe Gummistiefel. Alter. Also so findet man mich auf jeden Fall. Ich erleuchte meine Luft. Achso, wenn du kriegst. Licht ist zwar tatsächlich recht hell. Aber die Roboter durften uns dadurch schneller sehen. Geh auch mal voll ein auf Cyberpunk. Ja. Ja. Junmei, ich komm grad vom Fisch, Guder. Du hast ja was von den Tränken im Gesicht. Ja. Geh mal waschen. Oh, nee. Muss ich ein bisschen Seife nehmen und bisschen waschen. Geschichtig, Geschichtig und so. Ich komm von der Straße, da wird nicht gewaschen. Oh, ich nehm den Hut. Das fühlt sich ganz gut. Oh, hast du dich meine Möller-PP. Ich hab ne Möller-PP. Ja, das ist gut. Ich hab super viel Munition dafür. Versuch's mal in der Cloud, da hast du fünf Schuss. Ja, PP. Wo sind denn die Möllers? Okay. Äh, sieh, du kannst PP nicht sehen. Hey, warte mal. Das ist doch ein Leuchtturm. Ja, ja, also. Tatsächlich ist das Einzige, was so fehlt, ist so Licht auf dem Helm. Warte, warte. Ich hätte gern die Lampe, würde ich gern die Möbel auf dem Kopf packen einfach. Da ist das Fernrohr wieder. So, und. Oh, ne. Ah, ne. So, geht das. Die Folge ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.